hallo mein lieben heute wollte ich mit euch mal wieder auf die jagd machen mal sehen dass mich heute kein tier erwischt wir werden mal wieder hier fortsetzen weil da bin ich ja das letzte mal ziemlich drauf gegangen auch die waffe ist eigentlich ganz gut gewesen die will ich mal wieder benutzen da wollen wir mal sehen was heute rauskommt ich hoffe doch mal heute erwische ich die drei rehe und nicht die wölfe oder bären mich ach da bin ich ja wieder auf meinem hochstand ja und wie immer drei tiere soll ich erwischen das problem ist genau das problem ist nur die wölfe erwischen mich meistens schneller wie ich dir mal vorsichtshalber wieder runter gucken nicht dass da wieder einer rum rennt ja wo ist denn das reh ist da hinten eins ich dachte doch da habe ich doch eins gesehen nee das ist ein wolf bleib stehen nicht so schnell wo bist du denn jetzt ich habe dich doch gerade gesehen eigentlich war meine aufgabe ja rehe erwischen dieses war der erste streich aber den zweiten muss ich noch suchen ich glaube da wird kommt schon wieder einer da irgendwo war doch da was bleib hier ich hab dich warte wo bist du lass mich in ruhe da klopft doch schon wieder einer jetzt wird das reh verloren da habe ich doch gerade gehabt wo bist du hier wird nicht geklopft halt hier wird nicht geklopft und nicht schon wieder da bist du da bist du da kommt dann noch einer da nun lasst mich doch mal in ruhe die rehe suchen ich möchte gern einmal die alle drei treffen wo war es denn jetzt jetzt habe ich es verloren da 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 nein jetzt nicht nachladen schiete meine güte nur weil ich meine meine klare nachladen musste das ist kein grund mich gleich tot zu machen aber das nächste mal da mache ich euch alle tot wirklich okay ich hoffe das nächste mal haben wir alle mehr erfolg bis die tage dann ciao bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020